We gonna put it all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers think they saw, see. Ich bin vorhin online gekommen und hatte eigentlich gar keinen Bock zu zocken. Und dann war ich ein bisschen creative und hab angefangen zu bauen, paar 90s gemacht und ich konnte einfach wieder normal bauen. Also ich dachte erst, ich bilde mir das irgendwie ein, aber dann hab ich gesehen, es ist offiziell, Kobo Building geht wieder. Also es ist genauso wieder wie vorher, 0,05 Sekunden Delay, bis es baut. Also ich dachte echt kurz, es wäre langsam vorbei mit Fortnite, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue. Ja, ich denke mal, ihr euch auch. Dann hier auf jeden Fall in der neue Shop, vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Creator Code einzutragen, ARINFN, dann annehmen, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Und mega viele von den Leuten, die meine Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Also falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Ich hab auf jeden Fall vorhin ein bisschen Solo mit Squad gespielt und danach noch ein bisschen Squads mit It's AsiTV und mit Maxi. Und ja, dann würde ich sagen, los, geht's mit dem Video. Alter, das ist jetzt ein bisschen nervig, wieso? Alter, das ist jetzt ein bisschen nervig, wieso? Alter. Alter, das ist jetzt ein bisschen nervig, wieso? Alter, was? Also die haben, glaube ich, gar keinen Bock mehr. Alter, ich bin einfach immer noch so glücklich, dass das normale Turbo-Wound wieder zurück ist. Also ich habe hier sogar schon echt überlegt, ein anderes Spiel anzufangen, weil es hat halt echt keinen Spaß mehr gemacht. Aber naja, so ist es auf jeden Fall schon mal gut. Und wenn jetzt nicht noch so viele unnötige Sachen auf der Map wären und vielleicht dann auch noch die Roboter irgendwann komplett rauskommen, dann wäre es echt perfekt. Also ich kann euch mal sagen, wie ich das Spiel perfekt finden würde. Ähm, keine Roboter, 50 Schild pro Kill, Metz pro Kill, dann vielleicht noch ein paar unnötige Waffen raus, zum Beispiel, äh, ah, den Schrottriss auf jeden Fall raus. Man könnte halt noch so viel aus dem Spiel machen. Egal, wie schlecht die Updates werden, ich werde das Spiel auf jeden Fall noch weiterspielen, bis ich gar keinen Bock mehr habe. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann der Zeitpunkt kommen wird. Oh mein Gott, ich brauche... Nein, 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 zombie holt mich. Nein. Das kann nicht sein. Ah, oben auf dem Haus. White, Ariane, white. Ariane, white. Ich habe einen. Ja, bei mir sind zwei. Nee, da könnte aus dem Mech bei uns. Ja, auch bei mir, bei mir sind drei Leute. Boah, in Solche wurde jemand V-Boost jetzt. Einer nochmal zwei Hits, die Nosek. Okay, ich habe drei. Einer noch verloren. Warte, One-Shot, der hat einen Updates. GG. Bei Solche wurde jemand Reboot, ey. Alter, hier sind vier Leute. Wobei-Frau hat 50 Schäden. Ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Habe einen. Oh mein Gott, Nosek, 150 hat E-Late-Shot. Habe ihn. Der ist tot, oder? Ich habe keine Mets mehr. Habe ihn. Oh mein Gott. On me, on me, Ariane. Mit mir drin. Habe den. Hier unten, oben, irgendwo noch oben. Ja, auf S, ganz hinten. Ich mache so Auge, ich hoffe, ich sterbe beide gleichzeitig. Ich habe jemanden. Ariane. Ja, Digga, wie viel ist das hier? Okay, ich habe drei Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Wo war die Farbe, Ariane? Ja, drinnen. Oben. Du musst ihn Auto-Aimen, Ariane. Ja, ich habe den schon geholt. Mach Auto-Aimen, Ariane. Ja, ist an. Boah, Matches ist am Fein. Hey, Digga. Bei mir, bei mir. Irgendwo. Hä, wo ist denn der? Ja, habe ihn. Ich habe ihn eine Sekunde geholt, bevor er gesnipet wurde. Ich wollte den gerade abschießen, aber er hat mir den Kopf gewackelt, der vor mir. Ich habe einen, der andere rand weg, ich habe zwei. Hier ist noch einer. Hab ich guckt, Breaking Bad? Hab ihn. Ja, Mann, ich hatte mich schlecht, das tut EU-West. Ich bin tot. Alles klar. Digga, die Runde. GG. Oh, da ist ein Mad-Kid. Ja! Hab einen. Komm, wir wollen schon. Oh mein Gott, ich habe den Kopf hoch. Ich habe zwei Leute. Ach, kaum will. Er hat mir kaum will. Da ist eine Kiste in der Luft. Krank. Ich nehme die auf. Oh, der Arme. Der Magic Fish. Ich nehme die auf. Ah! Auch mehr. Weil mir immer hilft mir. Auch einer. schilder Ey, ey, Dienlichs, guck mal an mir, laufe ich bei dir auch voll komisch schnell, krabbel ich bei dir auch voll schnell. Hä, es leckt so. Ich habe den letzten auch noch, du hast noch eine, glaube ich. Ich habe keine Crap. Was ist da denn? Der Puls. Wenn ihr das jetzt macht, Digger. Tschüss. Noch ein neuer Squad, neil. Jo, der haut ab. Wo ist der andere? Der haut ab. Oh, Junge. Du hast keinen Bock, Digger. Oh Gott, ich werde gepusht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Danke, deine Pomp. Stehen, wenn du die Schilddinger wirfst. Noll. Ich habe nochmal zwei. Bei mir sind welche. Ja, bei mir sind ein paar. Es sind noch keine Fahrzeuge, um schnell nach voran zu kommen. WTF? Was war das denn, Gott? Was? Bei mir sind so viele Zombies. Ich fühle mich wie bei der Walking Dead. Was war das denn? Was war das denn? Oh, genau. Boah, ich werde so hinter dem landen und ihm einfach zwei Headshots geben. Boah, ist das schön, wieder zu bauen, also. Ich hab den Magic Frost gut geholfen. Bei mir ist ein Roboter im Retail. Ach du Kacke. Was macht der da? Ja, bei mir sind welche. Ja, bei mir sind welche. Ich hab den Magic Frost gut geholfen. Ah, über die. Ich hab den Magic Frost gut geholfen. Ich hab meine Pomp dann noch nicht gelesen. Ich habe auch mit Mantra über die Decke. Oh Gott, der Roboter kommt. Hier hat noch einen. Die sind wirklich am schwitzen, Decker. Hab den einen richtigen Warnshot gemacht? Ja, du kannst nicht in die Blase reinschießen. Ey. Ja, ja, ich weiß. Da kommt noch einer, der pusht uns. Ich muss mich kurz hinterfragen. Ich wollte einen Pickaxe. Hab einen. Nice. Hab noch einen. Ey, hast du... Ich hab keine Mets mehr. Ich auch nicht. Warlohn Ich auch nicht. Ich habe mich. Ich habe mich.